ist das nicht schon 50 mal nicht nur zehn mal dieser hintergrund das ist zweimal muss ich das auch mal machen ja ich hab nicht schon vier mal ich auch schon so viel fünf mal welche hintergrund von der zweite wenn du den robo muss dafür ist bei cyberhorde bei no 4 zu überwillen links hoch bei den snipern bei sag an wohl welche richtung so richtig hoch lassen da wurde das gutes platz ist ich habe da meine eigene art wo ich am besten eigentlich hingehören obwohl wenn wir jetzt hinten an dem an den schrottplatz starten die stadt nicht wir müssen verteidigen also wirklich nicht vorwaschen kämpft euch nieder alle nades raus und alle minen weg dann lass mich machen wie ich am besten kann das da wo du meinst ich glaube das ist nicht so gut für mich ja das passt ich halte mich dezent zurück und belebe euch jungs finde ich gut bin ich mal gespannt beim der beste weiß ich soll nicht holen ja sorry wo liegt man denn am besten mit clay hier hier ich bin tot kann man dich holen wenn du wenn du wenn du liegen bleibst ja ich komm machst du ja durch die firmen die firmen auf Ab 1, war oben. Ja, wieso kann der da Bulls schießen, ich kann da nicht Bulls schießen. Verlaufzeit, ich wollte schon mal sagen, der Kritz ist in der Mauer vorbei. So muss es sein, alle am Schluss weben, so muss es sein. War eine gute Runde, muss ich sagen. Noch mal so Jungs. Nicht zu weit vor, dann passt das. Das kann man euch nicht zu wieder ratzen. Wo kam die den letzten Mal her? Hier kam einer. Einer beim Bus. Den hier bitte machen wir über den Film. 3, 4, einer oben. Einer oben. Mach mal bitte mein Schiff bitte. Wie ist das denn weg? Warte, ich fahr mal nochmal hoch. Hult die Jungs, Hult die Jungs. Ah, ich bin ganz erwischt. Der ist links. Oben. Genau. Okay, kommt Jungs. Einmal können wir verkacken, aber danach müssen wir sie rushen viermal. Nix, nix. Da siehst du noch nichts Verlorenes kriegen. Hier wohl. Ey, ja genau so ist der, ja genau. Au revoir. Ja. Das ist die geilste Shotgun, die mit aller Accurate X7 ist. Shit, ich dachte ich... Mach selbst einen Mord. Hier, mir hinter dir sind alle, ne? Die kommen alle hinter dir. Hinter dir, dir. Wie die auch? Schade. Boah. Niemals. Vielleicht mal hier hoch? Niemals. Jumping, bleib bin. Bleib bin gut, genau. Ja, perfekt. Hab zwei. Hast du da durchgeschossen? Nee. Bin reingegangen. Einer ist im Rohr. Im Rohr? Ja. Trommeln. Danke, Tag. Kein Problem. Kann mich deiner revive? Ja, komm. Ja, ich bin schon am Weg. Ich bin früher da. Ja, mach ihn. Perfekt. Danke. Nur mehr einer, Jungs. Aufheben. Na ja. Sauber. Spiel auch mal mit der Store. Muss sagen, doch. Muss echt sagen, dass ich irgendwie als... auch wenn ich Sanitäter nicht wirklich mag, aber richtig gut darin bin. Ich glaube, ich bleib mit denen immer genau berückt. Er bleibt wieder da. Genau, du gibst nur rückwärts. Alle überweg. Alle überweg. Warum? Okay, vier gehen wir von hinten rum. Ja. Alle weg. Von wo linke Seite? Von wo linke Seite? Wie meint ihr das hier? Äh, unterm Rohr. Krass. Oben ist einer. Oben ist einer. Oben ist einer. Hey. Na, ey. Schieß da durch. Da kann man durchschießen, Alter. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Ja, der hat mich hier auch. Alter. Jetzt geh ich mal auf Schütze. Ich hab keinen Bock mehr auf Snipern. Ja. Da war eine. Da bei der Leiche mit den 1312. Danke. Da hinten, äh, dahinter aber halt. Hinter der Wall war eine. Ah, tschüss. Hab drei noch, Leute. Boah. Einen mit der X-Harm. Ist der unten? Ja. Oh nein. Ah, Mann. Nein, Mann. Perfekt. Hey, Jungs. Da müssen wir wirklich, da müssen wir Ruhe bewahren. Wirklich. Nicht so durcheinander. Ich lege mich nur auf, weil der zieht dem Messer einfach nicht. Ja, ja, ja. Aber Ruhe bewahren. Einfach chillen. Sonst hört man überhaupt nichts mehr. Wo kommen die eigentlich her? Kann man das immer noch nicht mehr? Oh, ein lucky Nate hat er direkt. Da wird ja eh wieder blickt, bestimmt. Ja. Boah, ich bin fast draufgegangen wegen der Granate. Ja, ich auch drauf. Ja. Da ist er irgendwo. Oh, oh. Oh, oh. Hold, hold, hold the fire me. Jumping. Ja. Perfekt. Danke. Ah, Mann. Wo ist der letzte? Wer hat denn denn? Wer hat dich gekillt? Havik, wo war der? Oben ist der. Da, hinter dem... Havik! Alter, das läuft wie geschmiert! Okay. Geh mal über längs, Jungs. Hey, hier steht beide da. Steht halt einer auf, oder? Ja. User entered your channel. Ich glaube, ich hatte einen Disconnect, Alter. Alter, ruck mal, oder? Das ist doch solcher Legger, ey. Bist du, pardon, bist du voll reingestürmt, was? Wir haben gesagt... Nein, ich bin reingestürmt. Jungs, sechsmal, wenn man sagt, alle über längs, bitte, alle über längs. Ich war seitlich von dem Tunnel-Gebäude und... Ich weiß nicht warum, aber ich hätte treppen müssen und... Irgendwie gab es... Wie typisch... Warface ist halt eben so... Versuch, ich hab jetzt... Versuch, ich hab jetzt... Versuch, ich hab jetzt... Wie meinst du das typisch Warface? Ja, das Warface ist halt eben so... Die sind nur am Cap, ich kann's jetzt nicht sagen. Warte, schau ich! Ja, easy, Alter! Hehehe, sah gut aus. Bei meiner Leiche ist grad einer am hier latschen, der geht, glaube ich, gerade zu unserem Spawn-Havik. Also, da könnte gleich einer entgegenkommen. Hast du ihn Jumping? Keinig. Hinten? Ok, der kommt hier. Der kommt hier, dann könnte ich noch schnappen. Ja, da hinten, ich da. Äh, Jumping direkt. Wollah, Alter! Ist klar. Perfekt, Jungs. Einmal noch... Alle über rechts, was? Ja, vor links? Oder alle über rechts? Alle über rechts oder links? Rechts. Hi. Ja, das ist, äh... Meine Granate geschlissen. Schade. Die beiden. Für irgendjemand. Der hat eine Granate geschlissen. Die sind abgelenkt, Leute. Die waren abgelenkt. Okay, vorrushen. 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 Nee. Ey, das... Dieser Typ, ne? Ist immer derselbe. Dieser Tesing-20-Doten. Ja, die Runde, das ist ihre Runde, glaube ich. Aber... Die sind... Ja, genau. Da ist einer. Rechts aber auch noch. Äh, links. Ja, ich hab ihn geschlagen. Nice. Oh, ja. Nachladen raus. Geh uns runter. Oh, nein, man. Da kommen in zwei. Oh. Äh... Leute, der hat mich durch die Wand erwischt. Nice. DMR Hattab. Das war wieder so ein Mega-Lag. Ich hab der nicht schießen können. Also, ich hab zwar angefangen zu schießen, der ist die Kippe bei mir hochgelaufen. Und der hat mich trotzdem gekillt. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Perfekt. Das sah richtig lecker aus. Richtig geil, Mann. Richtig geil, Mann. Noch einer, lass noch einer, lass noch einer. Der Kämpfer, der hinter ist gewonnen. Ja. Aha. Okay. Aber immer links ist besser, glaube ich. Links ist... über links ist besser. Links ist sicher. Wir gehen über links jetzt. Ja, alle über links. Alles frei, Havik, ja? Ja, alles frei. Oh, lol. Okay, stimmt. Voll über links. Rein, Jungs. Spürt mal. Immer noch frei, frei, frei. Oh, der wusste ja das wieder, ja. Rein, Rush, oder? Ich bin da. Ich hab zwei. Ah, der hat mich oben. Da sind drei. Ey, das sind doch solche lecker. Ja. Mir egal. Da sind nur noch zwei. Eier noch. Der ist auch draußen. Da ist auch draußen. König, ey. Ich hab's schon geschafft. Ich bin im Kopf schon raus. Perfekt. Nice, Mann. Sauberes Game. Boah, ey. Mein Herz, ey. Es hört gleich wieder auf, ey. Bei diesem Modus. Ähm, Tai? Ja. Mal kurz einen Router neu starten. Ich hab total einen Redding. Ja. Ich hab total einen Router neu. Ich hab total einen Router neu. Ich hab total einen Einfluss. Ich hab total ein Router und hab. Ich hab total einen Router auf. Vielen Dank.